Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man das ATE-Wall-Board aufbaut. Und zwar Board-Version 1.2. Ich kriege da immer wieder Support-Anfragen. Ich habe zwar das Board auch anleitungstechnisch mit beiden Versionen im Doku-Wiki drin, aber ab und zu unterscheiden sich scheinbar doch ein paar Punkte, die die Leute verwirren. Und deswegen jetzt ein komplettes Aufbau-Video, wo ich euch zeige, wie man das Ganze aufbaut. Komplett ungeschnitten. Das gefällt mir mittlerweile ganz gut, so ungeschnittene Videos. Ich werde aber vorspulen an den Stellen, wo ich löte. Da könnt ihr dann einfach Pause drücken, wenn ihr diese Lötschritte nachmachen wollt. Und dann wieder die Pause wegmachen, wenn ihr fertig seid mit Löten. Und so, glaube ich, könnte es einigermaßen gut funktionieren. Das ATE-Wall-Board ist ein richtig gut verkauftes Board, muss ich gestehen. Das Boot hat einen großen Vorteil, und zwar das Boot ist unglaublich flexibel. Und das Boot hat aber auch einen großen Nachteil. Das Boot ist unglaublich flexibel. Das überfordert manche Leute, denn gerade viele Anfänger und so, die sich das Boot holen, haben schlicht und ergreifend Probleme mit der unglaublichen Vielfalt, die man hier drauf hat. Und ich werde euch jetzt beim Auflöten einfach mal alle Punkte und alle Schritte so grob zeigen, was das Boot so kann, auch auf ein paar Details eingehen von dem Boot, und euch auch ein paar Tipps geben, wofür welche Teile gut sein könnten, wofür ihr die brauchen könntet. Ich lege aber mal los mit dem Löten direkt, und zeige euch aber jetzt erstmal noch ein paar Punkte vom Boot. Und zwar der Teil hier vorne, der hat hier auch so komische Löcher drin, sieht man die? Ja, kann man glaube ich erkennen. Es sind hier und hier so komische Löcher drin. Der Teil hier vorne ist im Prinzip das komplette Programmiergerät. Den könnte man jetzt hier so komplett abbrechen, knack, dafür wären die Löcher da. Dann hätte man ein eigenständiges Programmiergerät. Ich glaube, von allen Kunden, die das gekauft haben, und ein paar tausend, haben das wahrscheinlich zwei gemacht. Vorne der Atmega32U2, der Chip, auf dem die Programmiersoftware läuft. Mit diesem Chip werden dann die Mikrocontroller, die man hinten draufstecken kann, programmiert. Das heißt, man steckt hier dann USB ein, der Chip macht eine Wandlung von USB zu Programmiergerät, und programmiert dann die Chips hinten. Oder die zweite Variante, der Chip kann auch als USB nach Serialwandler fungieren, bedeutet dann, man steckt USB ein, der Chip wandelt das USB auf RX und TX um, und man kann hinten mit den Chips kommunizieren. Beides gleichzeitig geht allerdings nicht, entweder oder. So, dann gehen wir mal auf den Punkt 1, die Lötjumper, ein, und zwar befinden sich die auf der Rückseite. Hier oben die Lötjumper für die LEDs, hier unten die Lötjumper für den Speaker. Wir haben einiges an Test-Hardware drauf auf der Platine, zum Beispiel die LEDs, die Taster, Pottis und einen Buzzer, also einen Lautsprecher, einen kleinen. Die ganzen Taster, Pottis, stören uns großartig nicht. Pottis haben wir hier mit einem Steckjumper zu konfigurieren, die kann man schnell über den Steckjumper ein- und ausschalten. Die LEDs und der Buzzer könnte uns eventuell stören. Ich weiß ja nicht, das Pottis ist ja sehr universell, ich weiß nicht, was der entsprechende Kunde da drauf machen will. Wenn jetzt eine LED an einem Ausgang hängt, kann es sein, dass uns das stört, wenn wir hinten was anderes dranhängen wollen. Aus diesem Grund befinden sich auf der Unterseite zwei Lötjumper, jeweils für die LEDs, und ein Lötjumper für den Speaker. Wenn diese Lötjumper, so wie jetzt, standardmäßig, Auslieferungszustand offen sind, funktioniert die LED nicht, denn wir haben eine Trennung zwischen der Leiterbahn und beim Buzzer dasselbe. Der Lautsprecher funktioniert auch nicht, denn er hat eine Trennung von der Leiterbahn. Wenn wir diese Hardware verwenden wollen, müssen wir diese Lötjumper schließen. Das geht ganz einfach, indem wir einen kleinen Lötklick drauf machen und somit, wie man hier sehen kann, diese Verbindung herstellen von der Leiterbahn. Ich zeige es euch nochmal hier in dieser Kamera, der Lötkamera. Man macht einen kleinen Lötklick drauf und kriegt eine Verbindung zwischen diesen Lötjumpern. Jetzt kann man, wenn alles aufgebaut ist, die LED und den Lautsprecher verwenden, um Experimente damit zu machen. Wenn man irgendwann später mal irgendeinen anderen Versuch machen will, programmieren will, irgendwas anschließen will und die LED oder so stört, einfach wieder, ich zeige es euch schnell, den Lötjumper so seitlich wegziehen und schon ist er wieder offen. Also wenn man so gerade von oben drauf tippst, kann man ihn schließen. So seitlich wegzieht, kann man ihn entsprechend wieder öffnen. Geht ziemlich einfach, ein bisschen Übung, zwei, dreimal machen, dann weiß man, wie das funktioniert. Somit wären die Grundvorbereitungen getroffen. Jetzt kann man dazu weitergehen, die kleinen Säckchen, die dabei sind, auszupacken. Wir haben ein Säckchen, da sind elf Jumper drin, so in etwa. Die brauchen wir später. Wir haben ein Säckchen, da sind die Quarze drin und die entsprechenden Sockel für die Quarze, wo man die Quarze reinstecken kann. Quarze ist ein Thema, packt es nach hinten. Ihr braucht am Anfang keine Quarze. Nein, braucht ihr nicht, hat keinen Sinn. Am Anfang wird mit dem internen Oszillator vom Mikrocontroller gearbeitet, da müsst ihr nichts machen, ihr müsst keine Fusers umstellen, ihr müsst nur wissen, mit was für einer Frequenz der interne Oszillator arbeitet. Meistens, sage ich mal, 8 Mega 8 oder sowas, 1 Megahertz. Also intern arbeitet er mit 8 Megahertz, wird runtergetaktet auf 1 Megahertz, das heißt, das Programm rechnet alles mit 1 Megahertz Geschwindigkeit. Deswegen Quarze, man muss jetzt zwar das Ding auspacken, denn wir brauchen die Sockel, aber ich würde vorschlagen, es steht in der Anleitung drin, Quarze 5 Millimeter abschneiden, hier, so, 5 Millimeter abzwicken, dass man es in die Sockel stecken kann, würde ich nicht machen. Ich würde sagen, Quarze packen wir wieder in die Tüte rein und die Tüte packen wir irgendwo hin, wo wir sie wieder finden, wenn uns das Thema irgendwann wieder interessieren sollte. Wir haben also diese Sockel und wir haben hier noch eine große Tüte. mit ganz vielen Teilen drin. Aktuelle Tüte, wenn das Video noch länger dauert, dann ist eine Papiertüte, momentan noch Kunststoff. Wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Bauteile drin. Anfangen tun wir immer mit dem niedersten Bauteil und arbeiten uns peu a peu in der Höhe hoch. Das niederste Bauteil in unserem Fall, deswegen habe ich es auch schon ausgepackt, ist der Quarzsockel. Diesen Quarzsockel stecken wir erstmal in die Platine rein. Und zwar hier, hier und hier. Es ist immer so ein bisschen ungut, wenn man die Platine jetzt umdreht, dann fallen die wieder raus. Es ist immer so eine ungute Situation, wenn man so Teile verwendet. Gerade bei so kleinen Sockeln und so kann das schon mal zu Schwierigkeiten führen. Man müsste ihn jetzt irgendwie so festhalten und umdrehen und dann entsprechend versuchen, das hinzulegen. Geht meistens schief. Deshalb nehmen wir einfach irgendwas anderes, was wir gerade zur Hand haben. Ich habe nichts zur Hand. Tut mir leid, ich kann nichts nehmen. Wir nehmen irgendein Stück Papier, Pappe, was auch immer, und halten das quasi hier so drauf und können es dann umdrehen und entsprechend dann die Sockel nicht rausfallend einlöten. Wichtig jetzt bei der Geschichte, wir löten erstmal nur einen Pin an von diesem Sockel. Denn, ich zeige euch gleich was, wenn wir nur einen Pin anlöten und das ganze Teil dann mal hochnehmen und zeitlich reingucken, kann man schon erkennen, der hier ist schon ganz schön schief drin. Und der geht und der geht auch so einigermaßen. Wenn wir nur einen Pin anlöten, können wir jetzt hier, gucken wir mal, ob man das ideal in der Kamera einfangen kann, kann man jetzt hier quasi den Pin wieder aufschmelzen und oben mit dem Daumen entsprechend das ganze Teil ausrichten, etwa so, dass die ganzen Sockel gerade drin sind. Wenn man beide Pins anlötet, wird das Ganze schon schwieriger. Der dritte passt eh. Und erst dann, wenn wir die Sockel gerade ausgerichtet haben, erst dann löten wir den zweiten Pin an. So sieht das dann aus. Beide verlötet. Jetzt kann man natürlich noch mit dem Seitenschneider die überstehenden Drahtreste abzwicken, wenn man denn möchte. Ich mache es in der Regel immer. Man darf nur nicht zu weit an der Lötstelle dran zwicken, weil sonst die Lötstelle kaputt gehen könnte oder die Durchkontaktierung. In der Regel aber eher unkritisch. Das nächste Bauteil von der Höhe her würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe die Anleitung natürlich nicht dabei. Ich habe es mir nicht ausgedruckt. Gar nichts vom Doku-Wiki. Das nächste Bauteil wäre meiner Meinung nach der IC-Sockel. Hier ganz wichtig. Einfach gucken, ob das Ding auch wirklich leicht reingeht. Also es muss schon sehr, sehr leicht reingehen. Ganz gut flutschen. Wenn es das nicht tut, wenn es irgendwo so eine Stelle hat, wo es so ein bisschen so... Dann ist es meistens schon zu spät. Dann hat sich meistens ein Beinchen schon verbogen und guckt seitlich raus. Dann will man irgendwas programmieren und fragt sich, warum geht der Pin nicht? Oder warum geht der Pin ab und zu? Weil vielleicht hat er ja Kontakt. Deswegen durchstecken. Dann biege ich in der Regel die diagonalen Beinchen um. Einmal links, einmal rechts. Kann da schon nicht mehr rausfliegen. Und Sicherheitserber einfach nochmal kontrollieren, wenn da wirklich alle Beinchen auch durchgesteckt sind. Sockel 1, Sockel 2. Wir haben hier einen großen 40-poligen Sockel, glaube ich. Oder? Ne, wie viel hat er? Ich glaube 40. Hier sieht man es gerade ganz gut. Hier will jetzt ein Beinchen seitlich abhauen. Da hilft man also ein bisschen mit dem Schraubendreher nach. Und schon ist das ganze Ding drin. Wir haben einmal den großen Sockel. Den hier. Der ist für ganz große Atmegas. Die sind am Anfang uninteressant, würde ich mal behaupten. So Atmega 644 oder sowas. Sehr viel Flash. Sehr viele Pins. Kann man sehr viel machen mit denen. Kann die sogar debuggen, wenn man einen Debugger hat. Der Standard. Der kleine Sockel. 28 Poly, glaube ich. Der ist zum Beispiel beim Arduino drauf. Also Atmega 328 vom Arduino. Hat so einen Sockel. Also mit dem kann man schon ganz viel machen. Wird von der Arduino IDE unterstützt. Wird vom Atmelstudio unterstützt. Mit dem kann man wirklich ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge machen. Reicht für ganz, ganz, ganz viele Projekte aus, würde ich mal behaupten. Der nächste Sockel müsste, glaube ich, 20 Poly sein. Ein Sockel für die größeren AT-Tinies. Tiny sind ja die günstigere Variante von den Mikrocontroller, von den AVR-Controllern. Hier kann man einen Tiny reinstecken. AT-Tinie 2313 zum Beispiel. Hat ausreichend Pins. Hat auch noch einen Quarzanschluss entsprechend. Hat aber einfach ein paar gewisse Dinge nicht drin, die der Atmega drin hat, der große. Und noch ein kleiner, achtpoliger Sockel. Auch hier wieder, links und rechts, die Beinchen abbiegen. Dann bleiben die alle schön drin. Das ist ein kleiner, für den AT-Tinie 13 zum Beispiel. AT-Tinie 13. So ein ganz kleiner Schnuckerleger hat 1K Flash. Hat keinen Anschluss für den Quarz. Also der Quarz ist exklusiv für den Sockel. Der Quarz ist exklusiv für den Sockel. Und der Quarz ist exklusiv für den ganz großen Sockel. Der Kleine kann keinen Quarz. Der Kleine hat, ich weiß nicht, ob er einen ADC drin hat, Das ist ein schnuckeliger, kleiner Mikrocontroller. Das ist zum Beispiel im Würfelbausatz von EHAIO drin. So als Beispiel. Der war alle drin. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Sockel. Und der kommt da unten hin. Und da fragt sich jetzt jeder, was macht das Ding da unten. Was ich euch jetzt noch nicht gesagt habe. Zum Glück wartet ihr, bis ich löte, wenn ihr mit weitermacht. Wir haben hier auf der Platine so eine kleine Kerbe drin eingezeichnet. In diesem weißen Bestückdruck. Die kleine Kerbe haben wir auch hier im Sockel drin. Müssen wir darauf aufpassen, dass diese kleine Kerbe auch hier oben ist. Sonst wissen wir nachher nicht, wie die Mikrocontroller reingesteckt werden. Ich zeige es euch gleich nochmal gesamt für alle Sockel, damit wir wissen, wie rum die reinkommen. Die kleine Kerbe ist jeweils oben. Hier ist eine. Hier ist eine. Hier ist eine. Und hier ist eine. Das ist dann auch Pin 1 vom Mikrocontroller. Die haben in der Regel so einen kleinen Punkt irgendwo hier oben an Pin 1. Nur damit wir für später dann wissen, wie rum die rein müssen. So. Das teilt da unten. Sagt uns erstmal gar nichts. Wer anfängt mit Mikrocontroller-Programmierung, vergesst es einfach. Akzeptiert, dass da unten ein Sockel ist und ignoriert es für alle Ewigkeiten. Für die, die es wissen wollen, was da drunten drin ist. Da steht es auf der Seite dran. EEPOM. Es gibt so kleine EEPOMs. Das sind so kleine Achtbeiner. So kleine ICs. Die haben I²C. Und das sind EEPOMs. Also Speicherbausteine. Da kann man was reinschreiben. Wenn der Strom weg ist, bleibt das Ganze auch drin stehen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Kann man benutzen, wenn man irgendwelche Daten locker bauen will. Kann man benutzen, wenn man irgendwelche Konfigurationen irgendwo speichern will. I²C hat eine Adresse. Hier unten haben wir A0, A1, A2. Das sind dann Steckjumper, mit denen man die Adresse einstellen kann. Ignoriert es einfach. Wenn ihr mal soweit seid, dass ihr mit einem externen EEPOM arbeiten wollt, wisst ihr, haha, ich habe sowas drauf. Ich kann das machen. So, dann löte ich das Ganze. Gehe mit Fast Forward durch. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich fertig bin. So, lötet wirklich konsequent einen Sockel nach dem anderen. Immer schön reihum, damit ihr nicht irgendwie Gefahr läuft, dass da irgendwie eine ganze Reihe oder so vergessen wird. Kann schon passieren. Speziell bei den Sockeln zwicke ich gern die Beinchen ab, auch wenn es viele sind, auch wenn es ganz schön viel Aufwand ist. Aber die sind so unglaublich spitz und ich habe da immer Angst. Also die bohren sich immer durch meine Finger, die bohren sich durch den Schreibtisch und dann ist der Schreibtisch kaputt. Und dann ärgert man sich deswegen. Die zwicke ich ab, um genau das zu vermeiden. Auch hier wieder nicht zu nah dran an der Lötstelle. Am besten einfach locker halten die Zange. Kein Druck Richtung Platine. Einfach nur die Zange aufliegen lassen entsprechend. Und dann schiebt es die eigentlich von alleine hoch. Dann passiert eigentlich nichts. Dann schneidet man eigentlich nicht zu weit unten. Gefährlich wird es, wenn ich jetzt hier gegen die Platine drücken würde und jetzt mit viel Gewalt schneiden würde. Dann würde ich zu weit unten schneiden. Aber wenn ich das ganz vorsichtig halte, so entsprechend, dann zieht es quasi eh entlang von der Lötstelle nach oben. Weil ich auch immer wieder gefragt werde, ich löte mit 350 Grad. Das Ganze wäre jetzt hier ein 1 mm bleifreies Lotsinn, mit dem ich das Ganze mache. Links in der Videobeschreibung. So, die nächsten Bauteile, die wir einbauen, von der Höhe her, würde ich mal sagen, sind die Taster. Taster sind relativ unkritisch. Die halten zum Glück selber. Wenn man den jetzt da so reinsteckt, Wenn ich ihn reingesteckt kriege, dann fällt er nicht raus. Der hat quasi so eine Federform entsprechend und dann fällt er nicht raus. Die Richtung ist auch einigermaßen klar. So rum geht er nicht rein. Passt von den Abständen nicht, kann man hier, glaube ich, gut erkennen. Also entsprechend so rum rein. Auf der Seite hier drüben S1, S2, S3. Die Taster entsprechend in schwarz. Der Taster hier vorne ist ein besonderer Taster. Der ist auch orange. Dieser Taster hier vorne ist der Reset-Taster. Wenn man den drückt, wird an den Mikrocontrollern hier hinten, die man eben programmieren möchte, ein Reset ausgelöst. Wenn man das Programm quasi neu starten will, drückt man den Reset-Taster, dann startet das Programm neu. Man merkt schon, so beim Löten, die Pins hier oben, weiter weg von der Platine, die gehen relativ gut zu löten. Die Pins hier unten gehen ein bisschen schwerer zu löten, werdet ihr auch merken beim Löten. Die hier unten sind mit Masse verbunden. Man hat zwar nur so kurze, kleine Verbindungsstege zu der Ground-Fläche, sogenannte Thermals. So Wärmefallen sind damit eingebaut. Aber es geht trotzdem auf jeden Fall schwerer, wie die da oben. Also einfach ein bisschen länger mit dem Lötkolben draufbleiben und dann entsprechend alles Lötze hinzufüllen. Wenn ihr jetzt nicht so einen übertrieben guten Lötkolben haben solltet. Auch hier schneide ich wieder die Beinchen ab. So, nun haben wir die Taster verlötet. Ein letzter Test. Funktionieren. Man muss auch keine Angst haben mit dem Lötkolben, wenn man zu lange drauf bleibt, dass da irgendwas kaputt geht oder so. Das passiert eher selten. Dann würde ich mal schätzen, so rein höhentechnisch, kommen jetzt die Leuchtdioden dran. Ja. Ich habe es mir nicht angeguckt. Es könnt ihr machen, wie ihr wollt eigentlich. Ihr seid ja total kreativ. Im Prinzip ist es egal, wie rum. Ob man jetzt hier die rote reinmacht oder hier rum die rote reinmacht. Ich würde jetzt mal sagen, LED 1 machen wir grün, LED 2 rot. Wichtig bei den Leuchtdioden. Die müssen richtig rum eingelötet werden. Wenn euer Programm funktioniert, wenn der Lötjumper geschlossen ist und die LED leuchtet trotzdem nicht, kann es sein, dass sie vielleicht einfach verkehrt rum eingelötet ist. Man hat hier ein langes und ein kurzes Bein an der Leuchtdiode. Können wir, glaube ich, erkennen. Ja, sehr gut. Kurzes Bein, langes Bein. Und entsprechend hat man hier in diesem Kreis unten eine Flachstelle. Kurzes Bein kommt zur Flachstelle. Wenn ihr es euch nicht mit den Beinen merken könnt, guckt auf das Kunststoffgehäuse. Es glänzt so ein bisschen. Ja, perfekt. Da oben sieht man glänzen an dem roten Gehäuse diese Flachstelle. Die kommt zur Flachstelle hier in diesem weißen Bestückdruck. Einmal rot, einmal grün entsprechend. Langes Bein Richtung Platinenrand. Das Ganze wieder löten. In diesem Fall auch wieder wichtig, nur eine Lötstelle erstmal machen. Aus demselben Grund wie bei den Quarzen. Erst nur eine Lötstelle, dann drehen wir das Ganze auf. Drücken die LED nochmal mit dem Finger oben an. Schmelzen es auf. Und drücken sie richtig schön gegen die Platine. Dass auf jeden Fall auch die LED schön plan mit der Platine und auch schön entsprechend gerade eingelötet wurde. Sonst ergibt man sich, wenn die weiß Gott wie krumm drin ist. Und man beide auslöten muss. Weil jetzt in dem Fall müsste man beide aufschmelzen, um sie wieder auszurichten. Ist eine ungute Arbeit, glaubt es mir. Nun sind die LEDs eingebaut. Die nächsten Bauteile, die wir einbauen, wären die Pottis. Die halten auch selber. Praktischerweise, wenn man die reinsteckt, haben die auch so leichte Federkontakte, damit die selber halten. Das heißt, die fallen nicht raus zum Glück. Mal so ein bisschen hin und her wuppeln. Dann geht es ganz gut. Nicht zu fest drücken bei den Pottis. Sonst kann es sein, dass die einfach kaputt gehen. Beine verbiegen und dann hat man auch keine Freude mehr damit. Und wir löten die Pottibeine an. Also man sieht es auch. Man muss nicht immer mit dem Lötkolben gerade drauf oder so. Ich drehe ihn auch mal seitlich oder so. Man kann da ganz flexibel sein, so wie man im Prinzip den besten Kontakt mit der Lötstelle erhält. Die Pottis sind drauf. Drehen Sie einfach mal auf Mittelstellung. Sind dann für Analog-Eingangsexperimente gedacht. Die Pottis, die hängen jeweils am Analog-Eingang. Da kann man dann quasi einfach mal einen Wert zwischen 0 und maximale ADC-Auflösung, also 8 Bit oder was die haben, oder 10 Bit, entsprechend einlesen. Die nächsten Bauteile wären, denke ich mal, die Stiftleisten. Stiftleisten, Wannenstecker sind ähnlich hoch. Der Passa ist noch ein bisschen niedriger. Dann bauen wir erst den ein. Wir haben hier Plus auf dem Passa aufgemalt. Auf diesem kleinen weißen Zettelchen, der drauf ist. Und wir haben hier ein Plus im Bestückdruck drin. Das heißt, der kommt jetzt einfach so mit dem Plus Richtung Plus vom Bestückdruck. Man kann ihn hier unten mit dem Fingernagel halten so ein bisschen. Dann rutscht er auch nicht raus. Auch hier wieder erst mal nur ein Beinchen anlöten. Auch wenn er wahrscheinlich an der Fläche unten aufliegt, an dem Tisch. Aber noch sicherheitshalber einmal nachdrücken. Einfach, dass auch der hier schön plan und gerade drin liegt. Wenn der Passa verlötet ist, steht hier oben drauf, Remove Seal After Washing. Den können wir abziehen, den Aufkleber. Wir waschen die Platine wahrscheinlich nicht. Dann ist er ein bisschen lauter. Ihr könnt ihn auch drauf lassen. Vielleicht auch zu empfehlen. Ich lasse ihn auch ab und zu drauf. Dann ist er nicht ganz so laut. Das heißt, wenn man so ein paar Experimente am Abend macht, nervt man damit nicht die Nachbarn oder den Hund oder was auch immer. Weil es den die ganze Zeit Miep macht. Also kann man ja machen, wie man das gerne hätte. Die nächsten Bauteile sind die Stiftleisten. Hier kriege ich sehr viele Fragen. Oh, da bleibt was übrig. Oh, da ist zu wenig. Oh, wie sieht das aus? Ihr braucht, damit das Ding funktioniert und damit ihr mit dem Teil arbeiten könnt, diese Stiftleiste hier, einpolig, drei Pins. Ihr braucht diese Stiftleiste hier, einpolig, zwei Pins. Und für den ADC, damit ihr mit den Portis arbeiten könnt, braucht ihr diese Stiftleiste hier hinten, zweipolig, zwei Pins, also in Summe vier Pins. Schnack. Das war's eigentlich fürs Erste. Ihr könnt noch zweimal zwei abschneiden, also eine zweipolige, zwei Reihen, also vier Pins für den UART, wenn ihr was mit RX und TX machen wollt, also UART-Experimente. Alles andere, die Pins hier unten benötigt ihr erst, wenn ihr mit dem EEPROM arbeitet. Die Stiftleiste hier benötigt ihr für den EEPROM. Das heißt, wenn ihr was mit dem EEPROM machen wollt, müsst ihr die bestücken, dann müsst ihr die bestücken. Wenn ihr das Teil ohne da hinten irgendwas verwenden wollt, könnt ihr hier oben eine einreihige Stiftleiste bestücken, dann könnt ihr das als reinen USB nach Serial-Adapter verwenden. Ist da oben auch beschriftet. Ground, CTS, VCC, TXT, RXD, RTS. Wenn ihr mit dem hier Experimente machen wollt, ihr könnt auch den Mikrocontroller selber programmieren, könnt ihr hier auf jeden einzelnen Pin zugreifen, dann könnt ihr hier eine Stiftleiste einlöten. Es ist ein unendlich flexibles Teil. Aber, damit ihr was arbeiten könnt, damit ihr was machen könnt, benötigt ihr genau diese Stiftleisten. Eine zweipolige Einreihige, eine dreipolige Einreihige, zweireihige, zwei Pins, nochmal zweireihig, zwei Pins. Am besten noch gucken, dass die alle einigermaßen gleich lang sind. Beim Abzwicken kann es schon mal passieren, dass eine rausrutscht durch die Vibration. Dann löten wir die jetzt mal ein. Wir brauchen die Zweireihige hier oben, die Kerben vom, also geschnitten habe ich hier oben, da, und diese Kerben, die man seitlich erkennen kann, die da, kommt jeweils links und rechts, wie sie auch hier auf dem Bestückdruck zu sehen ist. Dann kommt die hier so rein, und dann löten wir die ganze schon mal an. Wiederum ein Pin, wie immer. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht gut aus. Das wäre die zweireihige Stiftleiste für Rx und Tx. Da kommt dann Steckjumper drauf nachher. Wir haben noch eine zweireihige Stiftleiste, die hatten wir hier oben für den ADC. Auch hier wieder die Kerben, links und rechts. Die Kerben geben uns dann quasi an, wie rum wir die Jumper einstecken. Man sieht hier unten diese Kerbe drin. Seitlich. Das heißt, der Jumper kommt hier drauf und hier drauf. Also nicht 90 Grad verdreht hier und hier, sondern immer entlang der Kerbe, hier und hier. Auch hier wieder darauf achten, dass die Pins nicht zu weit rein oder raus rutschen. Stecken das Ganze wieder rein. Halten es fest und es fällt trotzdem raus. Wir versuchen es nochmal besser festzuhalten und jetzt klappt das auch. Hier dann entsprechend die Steckjumper für den ADC. Wenn wir ihn brauchen. Wenn wir ihn nicht brauchen, brauchen wir auch diese Steckjumper nicht. Wir haben hier einen kleinen zweipoligen. Den löten wir an. Das ist quasi ein sehr wichtiger. Der ist nämlich dafür da. Einen Pin rein und dann erstmal gucken, ob er gerade liegt. Der ist nämlich dafür da, dass man den Mikrocontroller umschalten kann, in welchem Modus der Mikrocontroller hier vorne, unser Programmiergerät, startet. Wenn dieser Jumper gesteckt ist und man steckt USB ein, meldet sich dieser Chip als Atmel AVR-ISB-MK2. Oder als EHAO-MK2, wie auch immer. Also als Programmiergerät, wenn dieser Jumper gesteckt ist. Wenn man den Jumper runterzieht und steckt das Ding dann in USB ein, meldet sich das Ding als USB nach Serialwandler und man kann den UART hier benutzen. Wie gesagt, beides gleichzeitig geht aktuell noch nicht. Aber deswegen hier dieser Jumper, dass man den Modus, wie man das Ding verwendet, umschalten kann. Reines Programmiergerät. Der Jumper ist gesteckt. Man kann die Chips hinten über die ISP-Schnittstelle programmieren. Es muss kein Bootloader drauf sein. Man kann einen nackten Chip reinstecken und mit dem loslegen. Wenn man den Jumper runterzieht und das Ding kommt als UART hoch, könnte man rein theoretisch mit Arduino oder ähnliches programmieren. Dazu müsste dann der Chip hinten den Bootloader drauf haben und es müssen auch entsprechend so rum und so rum die Jumper hier gesteckt sein, damit die Serialwandler mit verbunden ist. Kann auch sein, dass es ein, zwei Problemchen gibt, denn der Bootloader muss ja erst mal aktiviert werden auf den Chips. Es gibt jetzt hier keine direkte Verbindung rüber mit diesem RTS-Pin vom entsprechend Arduino, wie die das überlöst haben. Man könnte jetzt hier noch eine Drahtbrücke ziehen oder man drückt vorm Programmieren kurz auf Reset, dann hat man, glaube ich, ein paar Sekunden Zeit. Aber wenn man ein Programmiergerät hat, würde ich das einfach nicht machen mit irgendeinem Bootloader, weil es einfach keinen Sinn macht. Ihr könnt das Ding verwenden und ein Puddle oder ein Programmieren mit dem Programmiergerät. Das macht am meisten Sinn. Der dreipolige Jumper hier ist sehr wichtig. Der schaltet uns nämlich den Strom um. Ich sagte Strom, ich meinte Spannung. Wir stecken die Steckjumper jetzt drauf. Ne, noch nicht. Machen wir es nachher. Die anderen Stiftleisten, die jetzt übrig sind, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt die anlöten, wo ihr wollt. Wenn ihr wisst, ihr macht irgendwann mal E-Prom, löte das hier an. Sonst packt es in die Schublade und braucht es für was anderes oder haltet es euch auf. Packt es zu den Quarzen, wenn ihr es nachher braucht, damit ihr wisst, wo das Ding ungefähr rumliegt danach. Der Steckjumper hier wird entweder so verbunden, dass die zwei einen Kurzschluss haben, oder so verbunden, dass die zwei hier einen Kurzschluss haben. Wir haben hier auf dem Bestückdruck 5 Volt und LDO stehen. Wie gesagt, das Boot ist sehr, sehr universell. Standardmäßig wird der Steckjumper auf 5 Volt gesteckt. Hier zwischen die zwei Pins. Dann wird die komplette Platine über den USB direkt mit 5 Volt versorgt. Man braucht keine externe Spannungsversorgung, gar nichts. Sie wird komplett von extern mit, äh, von USB mit 5 Volt versorgt. Wenn man den Steckjumper auf die untere Stellung steckt, passiert gar nichts mehr. Denn man könnte rein theoretisch hier auf der Unterseite einen LDO anlöten, einen Low Dropout Spannungsregler. Der kann zum Beispiel 3,3 Volt generieren. Der wird vom USB versorgt und der würde uns dann die komplette Platine mit 3,3 Volt versorgen. Wenn man denn irgendwas hat, was nur 3,3 Volt kann und nicht 5 Volt. Entsprechend kann man hier unten eben ein LDO einlöten. Der kriegt die 5 Volt vom USB. Und man hat dann hinten entsprechend 3,3 Volt, 1,8 Volt, 2,5 Volt, was auch immer man für ein LDO einbaut. Steckjumper in diese Position, in die untere. Wir löten die nächst höheren Bauteile ein. Das wären in dem Fall die Wannenstecker. Hier wichtig, der einzige Wannenstecker, der wirklich essentiell ist für weitere Versuche, ist der 40-Polige hier hinten. Die Kerbe nach innen, auch hier im Bestückdruck nochmal aufgezeichnet, da ist eine kleine 40 und ein kleiner Einschnitt. Diese Kerbe nach innen, dann hat man den 40-Poligen Wannenstecker drauf. Die anderen Wannenstecker kann man rein theoretisch auch wieder in die Schublade legen, bis man sie braucht. Bis man weiß, oh, das will ich machen. Ich empfehle in der Regel, einen 6-Poligen Wannenstecker hier hinzupacken und einen 10-Poligen Wannenstecker hier hinzupacken. Somit hat man die Möglichkeit, hier ein 6-Poliges ISP-Kabel anzuschließen und hier ein 10-Poliges ISP-Kabel anzuschließen. Bedeutet, ich kann mit dem 6-Poligen Kabel von hier zu irgendeiner Platine gehen und dort den Mikrocontroller programmieren. Oder eben, wenn ich auf der Platine ein 10-Poliges Kabel benötige, von hier mit einem 10-Poligen Kabel zu irgendeiner Platine gehen und dort programmieren. Dann darf hier hinten allerdings keinen Mikrocontroller drinstecken, aber das ist eh klar, die können ja nicht parallel geschaltet werden. Hiermit hätte ich also ein universelles Programmiergerät, deswegen empfehle ich meistens, die zwei hier einzulöten. Und dann entsprechend, wenn man hier hinten Debuggen will, man hat einen Debugger, kann man den 10-Poligen hier einlöten. Wenn man keinen Debugger hat, macht es keinen Sinn. Wenn man niemals auf die Idee kommt, einen Debugger zu verwenden, macht es auch keinen Sinn. Man kann ihn auch hier einlöten, das ist ein Standard-SPI-Stecker, 10-Poliger nach dem Roboternetz-Standard. Wenn man zum Beispiel irgendwas Standard-Roboter-Netzmäßiges über SPI anschließen möchte, lötet man das Ding hier an. Oder man lässt es sich offen und packt es in die Schublade zu den Quarzen. Wäre eigentlich mein prädestinierter, bevorzugter Vorschlag, wenn man am Anfang nicht weiß, was man machen will oder soll mit dem Teil. Die Wannenstecker auch wieder konsequent einen nach dem anderen anlöten, damit man keinen PIN vergisst. Wannenstecker lagen gut auf, muss man nicht kontrollieren, ob sie gerade drum drin sind. Den 10-Poligen legen wir zur Seite. Das nächste Bauteil der USB-Stecker. Man darf sich jetzt nicht hier von diesen vier PINs irritieren lassen. Die vier PINs, wem es interessiert, sind für mich zum Programmieren. Wenn ich die Platinen initial programmiere, sind das quasi die Programmier-PINs, wo ich den Programmier-Adapter anschließen kann. Den USB-Stecker dran packen und auch entsprechend niederdrücken. Ich löte beim USB-Stecker in der Regel immer zuerst den PIN hier an, also die seitlichen Gehäuse-PINs, weil die so mit Abstand am meisten Wärme benötigen. Und da kann man ruhig richtig dick Lötzchen draufpacken. Das frisst da kein Brot, das tut da nicht weh. Und dann sind die richtig schön verlötet. Es zieht schon Wärme weg, also das ist Masse, da geht schon ein bisschen Wärme drauf. Und wenn man die angelötet hat, kann man entsprechend danach die PINs anlöten für die Daten und 5 Volt und Ground-Leitung. Die sind dann im Vergleich dazu easy zu löten. Und gar kein Problem mehr entsprechend. Somit quasi fertig. Wir haben noch zwei Elkos, die wollen noch eingelötet werden. Die sorgen dafür, dass zwei Gespannungseinbrüche oder sowas ausgebügelt werden. Wir haben hier einen Elko und wir haben hier unten einen Elko. Man kann es auf dem Bestückdruck ganz leicht erkennen. Man hat hier auf der rechten Seite ein kleines Plus. Und man hat hier auf der oberen Seite ein kleines Plus. Dieser weiße Streifen auf dem Elko hat ein Minus. Das heißt, die Seite mit dem Streifen kommt weg von dem Plus. Entsprechend hier also nach unten. Man kann den fast ganz reinstecken, sage ich mal. So eine kleine Gefühlssache, je nachdem, wie man es gerne hätte. Und entsprechend hier der weiße Streifen nach links. Das macht dann irgendwann so Klack, hat man glaube ich gerade gehört. Und in dem Moment, wo es Klack gemacht hat, weiß man, jetzt ist er einigermaßen passig drin. Danach wieder die üblichen Schritte. Beinchen abschneiden. Und somit wäre diese Platine fertig gelötet. Jetzt kommen noch die Steckjumper drauf, die auch sehr flexibel sind. Die kann man jetzt auch, wie gesagt, drauf machen, wenn man will. Es sind elf Steckjumper dabei. Das wäre die Maximalausrüstung, die man verwenden kann. Wir müssen auf jeden Fall den ersten Steckjumper für die ersten Versuche bei 5 Volt nach oben stecken. Also die oberen zwei Pins verbinden. Wir müssen oder sollten den Steckjumper hier verbinden. Entsprechend startet das komplette Teil sofort als Programmiergerät. Wir können die ADCs hier hinten dran verbinden. Dann kann man auch schon gleich ein paar Experimente mit Analog-Digitalwandler machen. Und die UART Steckjumper würde ich noch nicht verbinden. Die würde ich erstmal so seitlich dran stecken. Auf nur einen Pin, damit sie nicht verloren gehen. Und das war es dann Steckjumper technisch. Die anderen Steckjumper wieder in die Schublade zu den Quarzen, zu den Stiftleisten, zu den Mannensteckern. Soweit die Platine fertig. Wir können sie jetzt einstecken und losprogrammieren. Was noch wichtig ist, wenn ihr ein Firmware-Update machen wollt von diesem Chip hier vorne, weil es kann ja sein, dass es mal eine neue Firmware gibt, müsst ihr hier den unteren Jumper drücken. Das wäre der Reset für diesen Controller hier. Sollt ihr dann nicht in den Bootloader springen, also wenn man das drückt hier und man hat USB angeschlossen, meldet sich der Chip normalerweise als Atmega 32U2 im Windows an oder am PC an. Wenn das nicht der Fall wäre, muss man den Hardware-Boot, den oberen Taster drücken, gedrückt halten und dann kurz den Reset drücken. Dann kommt er auf jeden Fall im Bootloader ein. Der Chip hier, entsprechend Programmiergerät, Firmware-Update technisch. Ansonsten, diese zwei Taster nicht verwenden. Die sind wirklich nur für diesen Chip hier. Es gibt oft Anfragen, wo Leute sagen, oh, der meldet sich als 32U2, wenn ich Reset drücke. Ja, wenn man den Reset drückt, macht er das. Korrektes Verhalten. Den Reset, den die Person drücken wollte, wäre der hier oben. Dieser Reset hier oben startet die Programme von diesen 3, 4 Controller neu, mit denen man die Experimente machen kann. Das war's dann. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze jetzt nachbauen, könnt die ersten Experimente damit machen. Es gibt da im Doku-Wiki noch ein paar Dinge dazu. Ich verlinke auf jeden Fall alles unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aufbauen und bis bald. Ciao. 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 Ciao.